Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Icewind Dale, Trails of the Loremaster. Wie kann ich helfen? Ja, in der letzten Folge haben wir das Grab der Wachen gefunden, also die Grabstätte der Hüterritter, um genau zu sein, und haben alle zur Ruhe gebettet. Ähm, haben aber nichts Neues hier im Dings, im Lock, darüber. Wir können jetzt auf jeden Fall noch die Dinger abklappern und gucken, was sie da so hatten. Zweihändige Axt. Also erstmal ist es zu ihr. Mal gucken, was kannst du identifizieren. Großer Schild verstärkt. Sperrpriss 1 nur, okay. Zweihändige Axt Lebensspender. Ja, aber mit Zweihand-Exten ist er, glaube ich, nicht so gut. Ich habe ja Zweihand-Schwert dabei gebracht. Die können wir allerdings in unseren Nicht-Verkaufssack packen. Streitkolben. Langschwert der Handlung. Hm. Was trägst du eigentlich gerade? Ach, du trägst schon ein Langschwert der Handlung. Okay, dann können das eigentlich auch verkauft werden. Okay. Ja, es soll geschehen. So, das heißt, wir können... Ich muss mich bald ausruhen. Wir können eigentlich den direkten Weg rausnehmen. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Wir können ja... Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Ja, wir können ja im Vorraum rasten. Weil alles hier haben wir jetzt abgegrast. Haben auch nichts mehr Besonderes in unserem Inventar. Weiter! So. Weiter! Dann gehen wir mal wieder zu unserem Freund hier drin. Einverstanden! Hey, erstaunlich. Ihr habt es geschafft, in die Festung zu kommen. Ihr seid die Erst... Der Erste. Vielleicht hat der Meister der Verlockung ja recht. Also, um sich meine... Hey, ein Moment. Was hat euch der Meister der Verlockung über uns erzählt? Ich meinte das Schluck. Hobart, was versucht ihr zu verbergen? Jetzt hört mal ganz genau zu Hobart. Entweder ihr sagt mir endlich, was ihr wisst. Oder wir müssen ein wenig ungemütlich werden. Nehmen wir die Eins. Bitte, bitte zwingt mich nicht dazu, es euch zu sagen. Er kann uns hören. Er wird mich töten, wenn ich es euch sage. Er tötet mich. Das war mir nicht bewusst. Keine Sorge, wir werden euch nicht zwingen, etwas zu verraten. Könnt ihr zumindest einen Hinweis darauf geben, was hier vor sich geht? Entweder ihr rückt jetzt mit der Wahrheit daraus oder ihr sterbt. Das ist ganz einfach. Nehmen wir mal die zwei. Schade, ich bin ebenso hier gefangen wie ihr. Es tut mir leid, dass ich nicht ganz ehrlich war, als wir uns zum allerersten Mal, also wahrscheinlich allerersten Mal getroffen haben. Ich hoffe, ihr werdet nicht ebenso sterben wie alle anderen. Oh je, ich habe schon zu viel gesagt. Bitte fragt mich weiter. Was? Kleiner, dreckiger Bastard. Sagt mir alles, was ihr wisst. Ich schlag euch zum Brei. Ich habe genug gehört. Den Pool, Hobart. Das kann ich verstehen, Hobart. Kann ich dann bitte sehen, was ihr zu verkaufen habt? Ja, gucken wir mal. Hat er ja noch irgendwas Besonderes? Also, ja, ich sollte ihm auf jeden Fall noch die Stacks Bolzen abkaufen und die Stacks Kugeln hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob wir nochmal rauskommen aus der Burg, sobald wir mal drin sind. So. Und ja, die müsste ich mal rausschmeißen. Kugeln. Und bestimmt beißende Bolzen. Und die Kugeln noch. So. Weil Pfeile brauchen wir nicht, wir haben keinen gescheiten Bogen. Eisland-Perlen-Armschienen. Kann tatsächlich täglich ein Wasser-Elementar beschwören. 8-2 auf Geschicklichkeit. Nee, nicht so wirklich. Schädelflegel. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Konzentrierte Heiltränke. Langschwerter. Oberkraft-Handschuhe. Äh. 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 Ja, jetzt ist der Behälter voll. Das sind Bolzen plus 2. Okay, dann, äh. Ja, und ich hätte einfach die Zahl eingeben können. Das geht schneller, ich weiß. Bin grad nur ein bisschen faul. Äh. Hm, 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 hm. Äh, ja, das geht wahrscheinlich schneller, wenn ich's übers Inventar mache. Äh. Äh, so. Hier hätten wir gern 80 von. Und hier hätten wir auch gerne mal 80 von. So. Dann können wir die stacken. Aber die werde ich nicht wegschmeißen. Die gebe ich einfach irgendwelchen anderen Leuten. So in den Köcher rein. Die können ja auch Zeug tragen, was wir nicht so häufig dann bräuchten. So ein konzentrierter Heidrank. Heid 18, ja. Ich hab' einen Heidrank hier drin. Und ich hab' vier konzentrierte Heidränke hier drin. Die könnte ich mal verteilen. Äh. Die könnte ich nicht wegschmeißen. Hat irgendwer Regenerationstränke? Nein. Ah, der Bälte ist schon wieder voll. Unverwundbarkeitstrank habe ich auch keinem gegeben. Nein. Und die Feuerkugeln können erstmal hier rein. Das ist auch so eine Sache. Mamas Tee und Filter der Reinigung. Haben wir da Filter der Reinigung zufällig hier reingepackt schon welche? Nö. Ich müsste echt mal gucken, welche Tränke ich hiervon verkaufen könnte. Ja, Heilungselixiere, Schnelligkeitsöle, Gegengift, Trank der Schöpferkraft, Feuerschutz, Steinriesenstärke. Hügelriesenstärke trägt sie gerade, Lebenskraft. Man merkt, ich verbrauche irgendwie zu wenig Tränke. Oh, einer hat noch reingepasst. Ja, ich glaube, ich bräuchte mal eine zweite Trank-Trohe für sie. Man sollte beim nächsten Mal das Gebet benutzen. Und auch hier müsste ich mal ein bisschen aufräumen. Machen wir mal ein Quick-Safe jetzt. Und gucken mal, was der... Achso, die Tür steht jetzt einfach offen. Auch gut. Ja, Schloss Malura-Deck. Meister, der Verlockung, willkommen. Ich muss schon sagen, dass ich von eurem Fortschritt positiv überrascht bin. Äh. Wollt ihr sonst noch etwas von uns? Warum tut ihr das? Ich bin nicht dazu in der Lage, meine eigene Geschichte zu erzählen, denn ich habe mein ganzes Team damit verbracht, die Geschichten anderer Leute zu erzählen. So sollen die Geister dieses Orts heimsuchen? Die Schiefertafel sein, auf der mein Leben niedergeschrieben steht. Ich bin eure Spiele... Spieleleitenheit, Rätselmeister. Ja, Skaven, mächtig. Ja, ja. Ich glaube, da ist irgendwas bei der Übersetzung ein bisschen schiefgelaufen. Ja, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Um zu verstehen... Um zu verstehen diese tragische Geschichte? Angesichts der Waffen verzagt dürft ihr nicht. Und zwischen Waffen und Rüstung und unbefleckt ist der Sagnagel der Geschichte dann entdeckt. Die Sonne kommt, die Sonne geht, das Leben eines Mannes tief in der Erde verweht. Was war sein Verderben? Was hat er verbrochen? Hat er gar von der Lüge seines Fürsten gesprochen? Ja. Aber wir scheinen den Bergfried noch verlassen zu können. Der wieder recht groß aussieht. Gut, den ersten Teil scheinen wir abgeschlossen zu haben von der Herausforderung des Meisters der Verlockung. Nachdem wir den Bergfried betäten hatten, wurden wir erneut von dem Geist, den man den Meister der Verlockung nennt, heimgesucht. Offenbar gibt es eine Geschichte, die wir erfahren sollen. Er ist jedoch nicht bereit, sie einfach zu erzählen, sondern wir müssen sie selbst herausfinden. Auch diesmal hat er uns ein Rätsel als Hinweis mit auf den Weg gegeben. Um zu verstehen diese tragische Geschichte, angesichts der Waffen, verzagen dürft ihr nicht. Also wir müssen uns hier wohl durchkämpfen. Und zwischen Waffen und Rüstung noch unbefleckt, ist der Sargnagel der Geschichte dann entdeckt. Also wir müssen wohl die Waffenkammer finden und dort finden wir etwas. Die Sonne kommt, die Sonne geht, das Leben eines Mannes tief in der Erde verweht. Ich glaube, damit ist der Bade gemeint, den wir in dem Puf von dem Helmpriester gefunden hatten. Ja, was war das Verbrechen? Was hat er verbrochen? Hat er gar von der Lüge seines Fürsten gesprochen? Ja, das kann gut sein. So, das ist die große Frage. Fallen oder Gegner? Zutritt verboten. Spätschische Wache. Geisterhafter Höfling. Ich habe mich geschwommen, meine Pflicht zu erfüllen. Ich werde meinen Post nicht verlassen. Meine Pflicht ist klar. Höfling, macht mich in Ruhe. Ich habe euch nichts zu sagen. Dein Befehl. Halte dein, ihr dürft nicht weitergehen. Zutritt verboten. Halte dein, ihr dürft nicht weitergehen. Es kommt mir ein wenig dem, die vor ihn zu bewachen, wo er doch selbst Wächter ist. Okay. Halte dein, ihr dürft nicht weitergehen. Ja, gewiss. Also da ist die Tür offen. Was ist los? So soll es geschehen. So soll es geschehen.